Hallo und herzlich Willkommen zu einem kurzen Video von Smallland. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video nur kurz und knapp, wo man Eisenholz herbekommt. Eisenholz bekommt man nur hier drüben in diesem Gebiet. Machen wir eben die Karte auf. Hier ist der Anfang, hier die normale Karte. In diesem oberen Bereich kommt man durch diese Geheimtür, die sich im Übrigen hier unten am Wasser befindet, also nicht hier oben. Man muss hier wirklich runter gehen und dann muss man gut darauf achten, die ist sehr gut versteckt. Diese Geheimtür führt durch einen Tunnel und dann kommt man hier auf dieser Seite raus. Dann muss man noch dieses Gebiet überqueren und kommt dann rüber hier in dieses Gebiet hier. Ich bin hier gerade noch drüben. Ich habe hier mehrere Locations eingezeichnet auf der Karte, wo dann diese Bäume rumstehen. Aber diese Bäume stehen auch im Allgemeinen hier überall rum, nur dann halt vereinzelt. Und hier sind so ein paar Ansammlungen davon, man benötigt, um den Olnaya-Setzling überhaupt ernten zu können, mindestens ein Pyritebeil oder besser. Und davon bekommt man dann das Eisenholz. Im Allgemeinen ist dieses Gebiet ganz schön knackig, also sollte man hier vorsichtig sein. Guti! Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich werde mich hier von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen beim Träumchen. Und tschö mit Öl! Mix auf Däumchen! Mix auf Däumchen! Die People quindi auf Däumchenuring whoüber erます. Wobei ihr seid ihr seid? Text lang spä Rodriguez auf Däumchen! 뒷räumchen! Eben ein paar Talled!! neck Off Prozent vor residen? Não!